Drückst du den Abo-Button, lässt Knues wieder krachen. Dankeschön an der flauschige Knudist für diesen Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich hatte im letzten Video schon mal angesprochen, dass ihr auf etwas extrem Lust habt. Denn ich habe gesehen, als ich letztens die Hunde erstellt habe, dass man extrem hässliche Hunde machen kann. Man kann ja auch extrem hässliche Sims machen. Nein, doch. Dann habe ich die Idee gehabt, wie es denn, ob es nicht cool wäre, wenn wir schauen, wie oft man miteinander Kinder kriegen muss, damit quasi das Abartige verschwindet. Wurde dann darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Challenge vor drei Jahren gegeben hat, die sich nannte Breathe Out the Weed. Also im Prinzip, dass man über mehrere Generationen versucht, absolut das ganz Schreckliche aus der Genetik und den Kindern rauszubekommen. Das machen wir heute. Ich werde jetzt erst mal was ganz Abartiges erstellen. Schreibt mir weitere lustige Challenges in die Kommentare. Und der Chat sagt immer auch Hallo zu euch. Okay, ich würde erst mal sagen, nur um uns mal so ein bisschen zu inspirieren, gucken wir mal, was Leute so unter Ugly alles gemacht haben. Wie geil. Ey, wir müssen mal damit probieren, was rauskommt. Also ich mache selber noch einen, laden wir dann aber auch die krassen runter. Oh, das sieht richtig gruselig aus. Das können wir auch probieren. Oh, genau. Die Füllung der Hörnchen ist heute absolut gruselig und mit Genetik. Das ist kein gutes Zeichen. Es gibt doch auch so was übel Grausiges. Ich zeige euch das mal. Das war echt grausig. Das war irgendwas mit Sims. Wie geht denn das? Ich will das auch. Wir machen jetzt erst mal einen eigenen und dann, obwohl ich würde eigentlich ganz gerne erst mal, bevor wir einen eigenen machen, die, die wir runtergeladen haben, mal gucken, wenn ich den jetzt nehme, was da überhaupt passiert. Das wird echt schwer. Wie soll man denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Stimme. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, wir suchen uns jetzt jemand Hotten, ja? Lass mal einfach ein BTS nehmen. Felix, Park, Jimin. Jimin finden doch alle so geil, oder? Jimin ist doch so... Jimin. Mal gucken, ob die perfekten koreanischen Gene es schaffen, gegen dieses Monster anzukommen. Das ist doch gut. Ist das gut, oder Jimin? Ja, doch, ja? Dann nehmen wir den. Den lade ich mir runter. Oh, Jimin. Da musst du jetzt echt stark sein. Ob Jimin... Oh mein Gott, Jimin ist nackt. Ob Jimin es schafft, dieses Monster, wie da die Gene aussehen. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Okay, wir probieren es jetzt. Okay, das passiert, wenn es nur die Mutter ist. Aber jetzt haben wir noch diesen Vater. Oh mein Gott. So unzufällig wählen und let's go. Okay, also. Oh, ich glaube, das wird ganz viel. Ich glaube, das ist einfach nur hell geworden. Der Rest bleibt, glaube ich, Mutter. So, wir gucken jetzt mal, wie das aussieht, wenn es ein Kind wäre. Oh, no. Die Nase ist von Jimin und der Rest ist halt einfach noch richtig. Oh Gott, du hast die Augen deiner Mutter. Ist aber in dem Fall kein Kompliment. Aber die Nase ist perfekt. Aber die Zähne. Oh mein Gott, die Zähne sieht aus wie so eine Nacktmulle. Okay, das war dann wohl nichts. Aber Leute, wir wollen ja nicht aufgeben. Wir nehmen jetzt als nächstes nochmal jemanden neuen, weil er ist jetzt ja quasi die neue Generation. Und wir wollen ja quasi die Gene von der Mutter komplett wegbekommen. Wir brauchen dafür noch jemanden von den BTS-Boys. Oder von Blackpink. Wen gibt's denn von Blackpink? Lisa, sagen ganz viele. Lisa. Black. Pink. So, meine Liebe. Du hast das Glück, dich mit diesem wunderschönen Menschen zu vereinen. Was sagst du dazu? Ja, das fühle ich sehr. Okay, dann lasst uns mal gucken, was hier jetzt rauskommt. Und Genetics, Leute. Was ist aus dir geworden? Wir revealen in drei, zwei, eins. Okay, die Wangenknochen sind auch da. Die Wangenknochen sind auch da. Ansonsten sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Lass mal größer werden. So. Die Zähne sind normal, Leute. Es ist... Oh, ja, jetzt... Okay. Wenn du denkst, du hast süßes Kind auf die Welt gebracht. Und dann kommt so ein sindes Eichhörnchen raus, ey. Das sieht ja richtig gruselig aus. Wie viele Generationen braucht es denn, Mann? Ey, es ist richtig gruselig, ey. Ich dachte eigentlich, es ist echt ein süßes Kind gewesen, ne? Da waren die Pupillen auch noch groß. Heißt, es muss noch mal jemand ran. Wir brauchen noch ein BTS-Girl, die sich bereit erklärt. Blackpink. Wie geht es denn noch bei Blackpink? Sag mal an. Jenny! Ich hab da was für dich. So, wir nehmen jetzt Jenny, oder? Let's go. Seid ihr bereit für die ultimative Reveal-Challenge? Von einer genmanipulierten Version von Jenny, von BTL Black Panther und von einem Sid das Eichhörnchen. Oh, es geht, es geht, es geht, es geht. Also, wir haben eigentlich jetzt total menschliche Züge mal. Wir haben noch menschliche Züge. Ich sehe jetzt aber leider schon die Augen des Vaters. Jetzt lasst uns noch mal weiterschauen. Oh, oh, oh. Ja, geht, geht. Nasif ist noch ein bisschen da. Aber ich muss sagen, sie hat was. Es wird besser. Aber ich sehe immer noch den Vater in ihr. Aber es sieht jetzt schon echt fesch aus, muss ich sagen. Damit bin ich schon zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist schon relativ weit rausgenommen. Aber meine Community möchte noch gerne einen weiteren Versuch, denn sie haben Angst vor den Augen. Wieso alle Tom Holland? Wer ist denn Tom Holland? Jeder schreibt mir rein Tom Holland. Oh Gott, ich hab schon aufs Maul. Ach Gott, ich weiß, wer das ist. Ihr seid alle so naughty. Ich wusste, dass ihr den toll findet. Jeder, überall auf TikTok ist gerade Tom Holland. Tom Holland, Tom Holland. Und meine Community möchte gern, dass Tom Holland jetzt rankommt. Na Tom, was sagst du, dass du jetzt an eine wunderbare Madame, die eigentlich total verfluchte Gene hat, ran darfst? Fühle ich. Männer sind alle gleich. Mit Spaß. Die Frauen alle so na. Ja. Und der Mann so. Okay. War ein Witz, ja. So, let's go. Es sieht einfach aus wie alle anderen davor. Ich kann es nicht sagen. Oh yeah. Sieht aus wie die Mutter. Das ist doch eindeutig die gleiche. Die Gene kriegen wir nicht raus, Leute. Oh mein Gott. Das ist einfach identisch. Es ist identisch. Sie ist ihre Mutter. Oh mein Gott. Ich finde, sie sieht voll gut aus. Aber es ist krass. Vielleicht kriegen wir die kleinen Pupillen weg. Wir probieren es nochmal, okay? Es geht nicht um die Augen. Die Augen sind wunderschön. Es geht um die Pupillen. Ich will, dass die Pupillen endlich groß sind. Sieht ja aus, als hätte die irgendwas genommen. Wartet mal, Leute. Wer wird denn so als der absolut schönste Mann gehandelt, den man so kennt? Rezo. Haha, süß. Rezo, Rezo. Okay, komm. Die Community hat sich entschieden, dass der sexiest man alive Rezo ist. So, Rezo. Wir kennen dich ja von deinen Kanalen. Du bist ja mega freudig. Hast du Bock, dich mit einer tollen Dame zu verbinden? Und sie, hey. Ja, ich erachte, dass das ein Ja. Wir nehmen jetzt Rezo und wir nehmen sie. Und wir gucken, was dabei jetzt rauskommt. Let's go. Wie wird es aussehen? Wir werden es gleich sehen. Und zwar, es ist einfach wieder die gleiche Person. Wie kann denn das sein? Eins, zwei, drei. Hi. How is this possible? Die Männer haben überhaupt nichts zu melden. Das Gen ist so stark. Okay, aber hey, sie sieht echt gut aus. Ich lade sie euch hoch. Ich bin echt zufrieden mit ihr. Also, ganz ehrlich, von dem hier zu dem hier, da kann man sich nicht beschweren. Das ist schon echt, die wäre Model. Dann machen wir noch mal was Neues. Ich würde jetzt gerne Eigenkreation machen, Leute. Wir machen jetzt mal einen Mann, okay? So, lass mich erst mal ausprobieren, was so geht. Ich habe noch keine Ahnung. So. Kiss me under the Milky Dry Light. Oh, die Nase wird schwierig wegzukriegen. Ich glaube, umso kleiner, umso lustiger, oder? Maschallah, du Hübsche. Okay. Oh je. Oh. Oh mein Gott, das wird aber schwierig werden, meine Freunde, ja. Oh, das sieht aber irgendwie süß aus, oder? Das sieht schon süß aus. Ja, der ist immer traurig. Geil. Okay, dann würde ich sagen, Lulala möchte sich gerne fortpflanzen. Und wir brauchen noch ein Girl. Okay, Zendaya. Cow, go. Okay, sie ist ready. Okay, ich würde sagen, es tut mir leid, aber let's go. So, wir drehen erst mal um. Also, das Kind hat auf jeden Fall schon die Haarfarbe vom Vater. Es sieht jetzt schon ganz süß aus, aber man sieht jetzt schon so ein paar Sachen wie die Backen und Co. Boah, vielleicht kommt es nicht durch, aber ich würde sagen, let's go. Okay, also die Figur... Also, die Figur vom Vater eindeutig und die Nase ist nicht zu übersehen. Es ist doch wieder viel mehr Vater drin, als es eigentlich sollte. Okay, let's go. Okay, dann würde ich sagen, lasst jetzt mal Angelina Jolie nehmen. So, Angelina. Boah, es sieht echt aus wie Angelina. Hast du Bock? Aha. Ich sehe das als ein Ja an. Angelina hat auch... Angelina und Merkel. Die machen dann auch die Angela Merkel. Also, Angelina hat krasse Gene. Man sieht, sie sieht auch genau aus wie ihre Mama. Und ihre Tochter sieht ja auch aus wie sie und ihre beiden Kinder. Deswegen würde ich sagen, let's go. Also, sieht ja schon mal... Bis jetzt sehe ich noch gar nichts. Sind nur wieder diese dominanten Bäckchen. Sieht schon ein bisschen anders aus. Also, ich kann es noch nicht sagen. Okay. Wenn die Gene zu krass sind. Ach, scheiße. Ja, die Lippen von der Mama. Die Augenbrauen auch. Aber die Nase ist halt... Ich glaube, die ist zu 100% on fleek. Ist sie denn weniger geworden als beim Vater? Nope. Die ist ein bisschen kleiner geworden. Aber nicht wirklich. Okay, das heißt, wir machen weiter. Und wen nehmen wir jetzt? Maxify. So, Maxify. Du darfst dich jetzt mit jemandem paaren. Hast du Bock? Oh. Ich glaube, das war ein Ja. Und zwar mit ihr. Was kommt dabei raus? Okay, es sieht doch... Es sieht richtig cute aus, oder? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Nase ist weg. Die Nase ist weg. Es waren gute Gene. Maxi hat es geschafft. Maxi hat es richtig rausgeholt. Ich will doch zwei Sachen probieren. So, Moment. Wie süß. Die haben sogar die Angie gemacht. Guck mal. So, Angela Merkel von Lucy's World. Let's go verbinden. Das ist mein Land. So, Angela. Du darfst heute an den hotten Typen ran. Was sagst du dazu? Nö. Okay. Wenn also Angela Merkel... Wenn also Angela Merkel mit diesem fashion-hotten Typen hier ein Kind kriegen würde, dann wäre das Kind ein ziemlich cutes... Oh, das wird gar nicht ein Model, oder? Es sieht wirklich schon aus wie die Merkel. Man sieht gar nichts mehr. Man sieht nichts mehr. Und als Girl... Ja, es sieht aus wie Merkel. Oh, wie geil. Und als alte Oma. Wie witzig ist denn das? Das ist ja voll geil. Aber wir gehen doch mal in die Evolutionsstufe zurück. Was passiert, wenn Gnu, die aussieht wie Reef, sich jetzt quasi mit dem Kind von Maxi feiert so absurd? Hard. Ich bin sehr gespannt. Und let's go. Es hat nicht funktioniert! Es hat nicht funktioniert! Es hat nicht funktioniert!